Abschnitt 8 Radikostation 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 Oh Mann. Das sind wir. Das ist der. Ich glaube jetzt geht's los. Wir haben unendlich. Wir haben unendlich Muni. Das heißt nichts Gutes. Das heißt echt nichts Gutes. So, wir gucken uns gerade mal ein bisschen um. Eee. Da kommen wir nicht rein. Und trennen können wir auch nicht. Mir gefällt es hier alles ehrlich nicht. Gibt es irgendwas Besonderes? Oder? Ich will hier nicht sein, ne? Muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Krankenstation. Das ist doch kein Krankenhaus. Das ist doch keine Station. Das ist... Moro-Haus. Das Monsterhaus. Boah, das Monsterhaus fand ich cool. Also ich hab's gern geschaut. Auch wenn nur einmal. Aber ich hab's gern geschaut. Ich bin auf alles gefasst, ja. Ich will nicht laden. Ich will nicht laden. Ich will nicht laden. Okay. Waffe genommen, Munition genommen. Und... Wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann nehmen wir einfach mal die. Dann vermutlich werden wir die jetzt auch gleich brauchen. Aber wie's... Fah. 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 schuld ich kann auf alle Erinnerungen ich möchte ihn nicht wirklich weiter behalten nicht ganz ehrlich nichts wird gehemmt ich, Alter we can erase St wirklich jedes Mal so töten da laufe ich lieber hören wo er ist das ist das ist das ist WTF wer auch immer das war der gibt die die Wer ist dieser Arzt? Wer ist dieser Mann? Der war verbrannt. Wir müssen jetzt Erinnerungen zerstören oder was? Der war nicht. Dr. Wade ist falsch. Du kannst ihn nicht verraten. Dr. Wade, du hast ihn nicht verraten. Der erste Prototyp ist nur die Least. Du kannst ihn nicht verraten. Hier hat er mit uns gespielt. Wir waren nichts, sondern Erfahrungen zu ihm. Kann ich dich mit ansetzen? Oh, guys! Concentrate! Du bist ein Stronendes! Was sind das für Menschen? Wir wollen einfach auseinanderreißen. Fick die Wand an, echt. Der zweite Prototyp ist stärker. Er ist ein Stronendes. Was ist der erste Prototyp? Er wird den ersten Prototyp nicht verraten. Er wird nicht verraten. Der zweite ist ein Stronendes. Ja, er wird erraten. Du bist ein Stronendes! Ich will nicht zuerst einen Stronendes! Ich weiß, du kannst! Der ist unfair, meine Ohren sind nicht die besten. Ich weiß, du kannst! Don't disappoint me! Don't be like him! Da war er. Ich will dich sehen, du es machst! Wie viele Änderungen sind noch? Wir kennen nicht. 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 Ich hasse es nicht ganz zu kennen. Er ist gefährlich. Er ist ein Erfolg. Wie wissen wir denn? Er ist verrückt. Ich glaube, wir müssen raus. Er ist der perfekte 2. Kommander. Was über Alna? Wenn sie ihn findet? Wir kommen. Und jetzt geht's! Ja, wir gehen! Ja! 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 Wir versuchen, zu wegzunehmen!